hallo liebe spieluhrenfreunde heute möchte ich euch ein sehr schönes polyphon zeigen dass ich zum verkauf anbiete ein originales polyphon mit originalem unterschrank originalem aufsatz in einem sehr sehr guten zustand des gehäuses restauriertes werk gestimmt der motor auch überholt und jetzt wollen wir es mal spielen lassen so 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 ja wundervolles lied und zwar heißt das lied spätzin und spatz also ein liebes lied etwas versteckt in dem wort spätzin und spatz so